Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, den zehn Worten des Bundes, die Gott zum Volk Israel gesprochen hat, am Berg Sinai, direkt, als direkte Offenbarung an das Volk Gottes, nicht über einen Vermittler, sondern als direkte Offenbarung. Und im Nachhinein hat er sie dann auch auf zwei Steintafeln geschrieben, also Gott. Und Mose hat diese Tafeln getragen, die zehn Worte, sie sollten in die Bundeslade gelegt werden. Sie wurden gleich zerbrochen. Nicht, weil Mose so ungeschickt war und sie ihm runtergefallen sind, sondern weil das Volk Israel den Bund gebrochen hat, gleich nachdem dieser Bund geschlossen wurde. Das Gesetz, sagt Paulus, hat in sich nicht die Kraft zu retten. Die Gebote haben nicht die Kraft, Menschen von der Herrschaft der Sünde zu befreien. Sie haben vielmehr die Aufgabe, erstens uns das vor Augen zu führen. Sie sind ein Spiegel für uns, in dem wir uns betrachten können. Wo wir uns selbst und unser eigenes Leben beurteilen können. Wo wir sehen können, wie es um uns steht. Wo dieses ganze Thema, ja wir sind Sünder, konkret wird. Meine Sündhaftigkeit, die Herrschaft der Sünde in meinem Leben zeigt sich in ganz konkreten Werken. Und das kannst du an den zehn Geboten ablesen, an den zehn Worten. Das, was aber die zehn Gebote auch tun, wofür sie wichtig sind und warum es auch so wichtig ist für uns als Christen, die wir ja nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Für einen Gerechten ist das Gesetz nicht bestimmt, sondern durch den Geist geleitet, lebe ich in der Liebe, geleitet von der Liebe Gottes. Das Gesetz hat dann höchstens noch eine stimulierende, eine inspirierende Kraft. Das zeigt uns und führt uns mehr hinein in das Wesen der Liebe. Was ist Liebe? Wie wird Liebe konkret? Worin zeigt sich Liebe konkret? Denn die Liebe, darum geht es in dem Gebot. Darum geht es in den zehn Worten. Das haben wir schon gesehen im ersten Gebot, beziehungsweise im zweiten Gebot, wo Gott davon spricht, dass sein Wesen Gnade ist für tausende von Generationen. Wisst ihr, einer hat sich ausgestreckt. Einer hat Gott in sein Leben hineingelassen. Einer hat sich bekehrt, ist umgekehrt zu seinem Schöpfer. Hat sich abgewendet von seiner Sünde. Ein einziger hat die Gnade bei Gott gesucht. Und ein einziger hat die Kraft Gottes erfahren und die Liebe Gottes und hat sie zurückgegeben. Hat Gott so geliebt oder hat Gott zurückgeliebt, sagen wir es mal so. Und hat sich an seine Gebote gehalten aus Liebe. Und wisst ihr, Gott reicht es nicht, diesen einen zu segnen und zu segnen und zu segnen. Nein! Er will seine Fülle, die Fülle seines Segens, die Fülle seiner Gnade, die überfließt diesen einen und schwappt über auf tausende von Generationen. Ich denke an Abraham, der eine, der gerufen wurde. Abraham und Sarah, sie beide zusammen. Und Gott hat sie zusammengefügt in seiner Liebe und sie haben Frucht gebracht und Generationen um Generationen um Generationen ist gefolgt. Und Gott ist immer noch seinem Volk treu, obwohl sie untreu sind. Und er verfolgt immer noch seinen Plan mit ihnen. Und sie sind nicht verloren gegangen im Laufe der Geschichte, wie so viele Völker. Nein, sie sind sogar, obwohl sie verloren gegangen sind, in Anführungsstriche. Obwohl sie zerstreut wurden in alle Winde. Obwohl ein furchtbarer Hass unter den Menschen gegen dieses Volk Gottes über Jahrtausende hinweg gewütet hat. In seinem größten Extrem vielleicht vor 80 Jahren hier in diesem Lande. In seinem größten Extrem bisher, wahrscheinlich wird es noch einmal noch heftiger kommen. Gott hat sie bewahrt. Sie sind nicht fort. Sie sind immer noch da. Und Gott hat das Wunder bewirkt, dass sie sogar aus allen Landen gesammelt in dieses Land zurückgekehrt sind. Es ist schon erstaunlich. Dieser Gott, der die Tausenden segnet, um des einen Willen, um Abrahams Willen. Und ja, letztendlich gilt es auch für uns, oder? Um des einen Willen sind wir alle gesegnet. Um des einen Willen empfangen wir Gnade. Weil einer Gott geliebt hat, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all seiner Kraft und seinen Nächsten wie sich selbst. Nur weil einer den Geboten Gottes treu geblieben ist und sie gehalten hat aus Liebe zu seinem Vater, sind wir die Tausenden gesegnet und haben Gnade empfangen. Was für ein wunderbarer Gott. Den muss man doch lieben. Wir gehen weiter in den zehn Worten, in Vers 7. Das erste Wort, wo es um das Zentrum geht. Gott offenbart sich dem Volk Israel, wie er sich Mose am Berg, an demselben Berg offenbart hat und gesagt hat, mein Name ist Yahweh, sag ihnen meinen Namen. Wenn wir einem Fremden begegnen, dann zeigt sich die Fremdheit oft genau darin, dass wir seinen Namen nicht kennen. Kennen seinen Namen nicht. Ein Namenloser. Und dann geben wir ihm vielleicht einen Namen, um uns an ihn zu erinnern, an diesen Fremden. Aber wenn dieser Mensch sich uns offenbart, sich uns bekannt macht, dann nennt er uns seinen Namen, der sein Name ist. Und wir haben ganz kurz im Auto darüber gesprochen. Ich habe mit Johanna gesagt, wer hat dir deinen Namen gegeben? Ja, Mama und Papa, ihr habt mir den gegeben. Kannst du dir vorstellen, einen anderen Namen zu haben? Nein, Johanna ist mein Name. Das bin ich. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Wisst ihr, wir tragen einen Namen und dieser Name ist ein Teil unserer Person. Das sind wir. Ja, in Israel war es so, dass die Eltern ihren Kindern den Namen spontan oft bei der Geburt gegeben haben. Und das hatte einen Bezug zu der Geburt, zu dem, was sie dann gesehen haben, was sie in den Händen hielten, dieses kleine Baby. Sie haben dieses Baby angeschaut und sie haben etwas in diesem Baby gesehen. Und sie haben etwas mit diesem Baby verbunden. Sie haben dieses Baby vielleicht mit den Augen Gottes gesehen und haben inspiriert durch den Geist einen Namen diesem Kind gegeben, was Ausdruck dieser Person ist, die da geboren wurde. Namen können einfach so gegeben werden, aber wisst ihr, Gott nimmt das mit dem Namen sehr ernst. Ihm ist das sehr wichtig. Und im Hebräischen, im Alten Testament und dann auch im Neuen Testament ist der Name immer auch ein Ausdruck des Wesens, des Charakters. Es bezeichnet diesen Menschen nicht einfach nur mit irgendeinem sinnlosen Fantasiewort, sondern dieses Wort bezieht sich auf das Wesen der Person. Und der Name wird dann auch verwendet als sozusagen als ein Stellvertreter für diese Person. Wenn du von jemandem sprichst, den Namen eines Menschen nennst, was passiert dann in deinem Kopf und in dem Kopf dessen, mit dem du sprichst? Diese Person, von der du sprichst, wenn ich jetzt mit Stefan spreche und wir sprechen von Peter und Peter ist nicht im Raum. Erstmal überlegen wir uns, welchen Peter meinst du denn jetzt? Und dann präzisiert man das vielleicht, Peter ahnt. Dann kommt uns Peter vor Augen. Dann haben wir seine Person vor Augen. Dann haben wir seinen Charakter vor Augen. Wir wissen, wer gemeint ist. Uns fällt ganz viel zu diesem Menschen ein, wo nur der Name genannt ist. Da ist diese Person sozusagen schon gegenwärtig. Und das ist richtig und das ist gut, wisst ihr? Und das sollte uns helfen, wenn wir von Menschen reden, die nicht gegenwärtig sind und ihr Name wird genannt, dann sollten wir uns vor Augen halten, dass mit dem Nennen des Namens die Person selber auch anwesend ist. Und dann sollten wir nur das sagen, was wir angesichts dieser Person auch sagen würden. Das ist vielleicht eine Hilfe, nicht zu lästern, nicht übel Böses hinter dem Rücken von Menschen zu reden. Der Name. Gott offenbart seinen Namen. Und damit fangen auch die zehn Worte an. Damit fängt der Bund an. Ich bin Yahweh. Gott offenbart sich selbst. Ich bin, der ich bin. Ein geheimnisvoller Gott. Ein Gott, den du nicht greifen kannst. Ein Gott ohne Bild. Unfassbar, unbegreiflich für uns Menschen nicht festzuhalten. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Verschiedene Versuche, das zu übersetzen, was das Hebräisch ausdrückt. Und so stellt er sich hier auch nochmal dem Volk Israel vor. Ich bin Yahweh. Das ist mein Name. Er stellt sich vor. Er macht sich bekannt. Die Liebe, um die es geht, da geht es auch ums sich kennenlernen. Und sogar bei Mann und Frau dann ums Erkennen. Die Liebe verbindet sich. Da werden zwei eins, indem sie sich erkennen. Und so ist das hier auch. Es ist quasi eine Liebeserklärung am Anfang. Ich bin Yahweh, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und dann, du sollst keine anderen Götter haben, du sollst meine Frau sein und sollst keinen anderen Mann neben mir haben. Ich bin dein Ehemann. Na, wir jetzt am Samstag hier, Denise und Jan werden sich das Ja-Wort geben. Und am Sonntag, nicht eine Woche später, sondern jetzt schon am Sonntag, die haben das vorverlegt, die Wiebke mit ihrem Johannes, die werden jetzt die Hochzeit am Sonntag feiern um 15 Uhr. Wer sich irgendwie da den Link von Nora hat schon geben lassen, sollte darum wissen, Bescheid wissen. Und das ist dieses treue Gelöbnis. Ich bin dein, du bist mein und kein anderer gehört dazwischen. Wie Gott hier auch sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Nicht im Sinne von, ich habe diese negative Eigenschaft der Eifersucht, nein, im Sinne dieser brennenden Liebe, die nur diesem Volk gilt. Ich habe euch unter den Völkern auserwählt, auserkoren, dass ihr mein Volk sein sollt. Und ich will euer Gott sein, ich will mich euch hingeben und ihr sollt euch mir hingeben. Und dann jetzt das Dritte. Wie gesagt, keine anderen Götter neben mir, kein Götterbild machen und es anbeten. Wisst ihr, es wäre doch was, manche Männer, die, na heutzutage gehen wir ja nicht mehr ins Büro, wir sind ja im Homeoffice. Aber wenn wir unser Handy, unser Smartphone anmachen oder wenn wir unseren Laptop aufmachen, dann erscheint ein Bild. Und viele Ehemänner machen das. Es ist eine gute Sache, sich ein Bild von seiner Frau dorthin zu setzen. Das drückt ja Verbundenheit, das drückt Ehre aus. Ich ehre meine Frau. Sie ist mir wichtig, ich stelle ein Bild auf von ihr. Sie ist wichtig. Hier im Büro. Ich lebe nicht mein Leben im Büro ohne meine Frau. Sondern sie ist Teil meines Lebens, auch wenn ich ins Büro gehe. So viele furchtbare, schlimme Dinge passieren, weil Männer ihre Ehe sozusagen zu Hause lassen und im Büro ein ganz anderes Leben führen. Liebe im Büro. Nein, es ist gut, es ist gut, sein Bild, das Bild von seiner Frau dazuhaben, als Erinnerung. Ja, es ist doch meine Freude, sie ist doch meine Freude, sie ist doch mein Schnuckiputz, wie Peter immer gesagt hat. Ich liebe sie, ich freue mich, ich erfreue mich an ihrem Bild. Aber es wäre doch was Wahnsinniges, wenn ich jetzt im Homeoffice bin und ich habe das Bild von meiner Frau vor mir und meine Frau kommt hinein ins Schlafzimmer, weil woanders ist kein Platz für Homeoffice. Meine Frau kommt ins Schlafzimmer rein und winkt mir freundlich zu, wirft mir ein Kusshändchen zu und ich starre auf dieses Bild und mache so zu diesem Bild. Das ist doch, also da braucht man gar nicht viel erklären. Mach dir kein Bild von diesem Yahweh, um es anzubeten, sondern habe diese Beziehung im Geist, wie wir am Sonntag gehört haben, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht an einen Ort gebunden, nicht an irgendeine Sache, an ein Ding gebunden, sondern gebunden an diesen Gott, der Geist ist und mit dem wir durch und, wisst ihr, das sagt Paulus, das geht mir in der letzten Zeit, immer wieder kommt mir das in den Kopf, weil das irgendwie so ein krasses Konzept ist und ich das noch gar nicht so richtig ergriffen habe. Die, die dem Herrn angehören, sind ein Geist mit ihm. Sie haben den Herrn erkannt. Er hat mich erkannt, sagt Paulus. Er hat mich ergriffen, ich will ihn auch ergreifen, so wie ich von ihm ergriffen bin. Eine Liebesbeziehung, aber mit einem Geist. Nicht mit einem Gegenstand oder mit etwas Gegenständlichem, kein Bild. Nicht etwas, was ich fassen kann, was ich in eine Kiste packen kann. Nein, ein lebendiger Gott. Ein lebendiges Gegenüber. Nicht eine Vorstellung, die ich habe. Nicht eine schöne Idee, die ich mir geformt habe. Irgendein eigener Gedanke, den ich, ein Gott, den ich mir geformt habe. Nein, der Gott, der mich geformt hat. Der größer ist als ich. Und jetzt Vers 7. Das dritte Wort. Ich strecke mich davon, es tut mir leid. Vergib mir, Geschwister. Du sollst den Namen des Herrn, du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Was ist damit gemeint? Erstmal steht hier, wie gesagt, du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Wie am Anfang. Ich bin Jahwe, dein Gott. Hier steht aber in der Übersetzung, du sollst den Namen des Herrn nicht zu Nichtigem aussprechen. Warum steht da nicht Jahwe? Weil dieses Gebot dazu geführt hat, dass Juden noch vor der Zeit Jesu dahingekommen sind, diesen Namen gar nicht mehr auszusprechen. Weil sie dieses Gebot nicht übertreten wollten. Weil sie solche Ehrfurcht vor diesem Namen hatten. Weil sie diesen Namen so sehr geheiligt haben, dass er so heilig war, dass er für den unheiligen Mund nicht mehr zugänglich war. Deswegen wissen wir auch gar nicht genau, wie dieser Name ausgesprochen wird. Das Jahwe, was ich hier sage, das ist nicht richtig abgesichert, wenn du so willst. Früher wurde in der ersten Zeit, als man wieder angefangen hat, diesen Namen wieder sozusagen aus dieser Übersetzung Herr hinweg zu kommen, wurde Jehova gesagt, was aber auf dem Missverständnis beruht, weil es die Vokalisation, der hebräische Urtext sind ja nur Konsonanten. Da steht dann J-H-W-H. Und dann wurden später Vokalzeichen hinzugefügt zu diesem Konsonantentext, damit man eine Hilfe hat, wie man das alles ausspricht. Und dann wurde aber unter diesen Namen J-H-W-H nicht die Vokalzeichen von diesem Wort hinzugefügt, sondern von dem Wort, was man in dieser Zeit, als die Vokalzeichen dazugefügt wurden, immer gesagt hat. Man hat Adonai gesagt. Man hat Herr gesagt. Wie gesagt, vor Jesu Zeit wurde das schon gemacht, dass der Name Gottes ersetzt wurde von dem Wort Adonai, Herr. Und das ist ja durchaus berechtigt, denn auch die Frauen haben zu ihren Männern Herr gesagt. Es ist eine ehrfurchtsvolle Anrede. Und auch Jesus hat das so, zumindest im Neuen Testament wird es so im Griechischen übersetzt. Immer wird von Kyrios gesprochen, wenn das Alte Testament übersetzt wird und dort dieser Gottesname auftaucht, dann steht da Kyrios, das heißt im Griechischen Herr. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Was bedeutet denn das eigentlich? Es bedeutet natürlich nicht, dass dieser Name nicht mehr gesagt werden darf. Das ist ein Missverständnis. So wie wir von unserer Natur als Sünder dazu neigen, immer über die Grenzen Gottes hinüber zu treten, so neigen wir in unserem frommen Fleisch, in der Sünde, in der religiösen Fassung dazu, die Gürtelschnallen so eng zu ziehen, das Korsett so eng anzulegen, dass du nicht mehr atmen kannst. So hat Gott das nicht gemeint. Gott ist der Gott, der einen riesigen Garten geschaffen hat und gesagt hat, guck mal hier die tausenden von Bäumen, alle verschieden, überall Früchte. Du darfst davon essen, von allen. Nur von dem einen da nicht. Das ist unser Gott. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Was bedeutet das Wort aussprechen? Eigentlich steht hier das Wort tragen, aufheben. Du sollst den Namen tragen, aufheben. Aber nicht zu Nichtigem. Man kann auch übersetzen, nicht zu Falschem, nicht zu Lügenhaftem. Hier gibt es zwei Dinge. Du kannst den Namen Gottes tragen, im Munde führen. Du kannst ihn mit dir umher tragen, auf richtige Weise und auf falsche Weise. Und du sollst es nicht auf falsche Weise tun. Du kannst es zu einem richtigen Ziel, diesen Namen tragen. Und du kannst ihn zu einem falschen Ziel oder zu einem falschen Zweck tragen. Zwei Möglichkeiten. Gott sagt nicht, du darfst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht im Mund führen. Und zwar nicht zu falschen, bösen Zwecken und Zielen. Das hatten wir am Sonntag. Das Opfer, was da gebracht wird, mit einer bösen Absicht, mit einer bösen Motivation, zu einem bösen Zweck, zu einem selbstsüchtigen, egoistischen Zweck. Nicht zur Verherrlichung und Verehrung Gottes, sondern um etwas anderes damit zu erreichen. Aber auch, wenn ich einen guten Zweck habe, ein gutes Ziel, kann ich den Namen dennoch in böser, in falscher Weise gebrauchen, in falscher Art und Weise. Dieses Tragen, Aufheben, das kann auch, wird auch verwendet im Zusammenhang, wenn ein Götzenbild umhergetragen wird. Bei einer Prozession zum Beispiel. Oder wir kennen die Geschichte vielleicht im 1. Samuel 4, Vers 4, wo das Volk Israel, die Bundeslade, mit den zehn Worten drin, umhergetragen hat, weil sie dachten, dadurch würden sie siegreich sein, dadurch würde Gott mit ihnen mit in den Krieg ziehen. Sie könnten Gott nehmen, um ihn für ihre Zwecke zu gebrauchen. Und das ist damit auch gemeint. Den Namen Gottes in Anspruch zu nehmen, für sich selber, für sein eigenes Tun, für sein eigenes Handeln, für seine eigenen Zwecke, Ziele und Pläne. Den Namen Gottes in Anspruch zu nehmen, für mich. Das ist falsch. Das ist böse. Das ist Missbrauch. Ich gebrauche den wunderbaren Namen, den Gott mir offenbart hat, nicht zu dem Zweck, wozu er mir ihn offenbart hat. Lass uns mal hineingehen, damit wir eine bessere Vorstellung von dem Namen haben. Wie gesagt, wir haben den Namen nicht mehr. Wie können wir diesen Namen noch gebrauchen, wenn wir ihn nicht mehr haben? Lass uns dazu mal Matthäus 1 aufschlagen. Gott hat uns nämlich geholfen. Gott hat uns geholfen. Ne, nicht Matthäus 1, wir fangen mit Johannes 17 an. Entschuldigt bitte, Geschwister, ich habe es mir anders überlegt. Johannes 17. Vers 6. Jesus betet zu diesem Gott, zu diesem Yahweh, zu diesem Vater, zu seinem Vater, den er so gut kennt, mit dem er in Liebe so verbunden ist. Und er sagt, ich habe deinen Namen, den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Ich habe deinen Namen, den Menschen offenbart. Jesus offenbart uns neu den Namen Gottes, die Person Gottes, das Wesen Gottes. In ihm offenbart sich Gott auf noch höhere Weise wie am Sinai. Du kannst in Jesus Gott auf eine tiefe Art und Weise kennenlernen, erkennen, wie das dem Volk Israel damals nicht möglich war. Sie mussten von Ferne stehen, distanziert. Aber in Jesus ist uns Gott nahe gekommen. Wie gesagt, wer dem Herrn anhängt und mit dem Herrn ist der Herr Jesus Christus, der Kyrios Jesus Christus gemeint. In ihm bist du ein Geist mit ihm. Dann kannst du nahe kommen, dann kannst du eins mit ihm werden. Jesus sagt, ich habe meinen Namen, ich habe deinen Namen, Vater, den Menschen offenbart. Er hat den Jüngern gesagt, sie haben gesagt, lass uns doch den Vater sehen. Und Jesus sagt zu Philippus, hey, so lange bin ich schon bei euch gewesen und du hast es immer noch nicht gecheckt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann sagt Johannes später, wir haben ihn angefasst. Wir haben ihn berührt, wir haben ihn umarmt, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben ihn gesehen. Ich habe an seiner Brust gelegen. Jesus hat uns den Namen des Vaters offenbart, den Namen Gottes. Und lass uns jetzt in Matthäus 1 gehen. Matthäus 1, da geht es um die Geburtsgeschichte von Jesus. Und der Engel erscheint, Josef, als Maria schon schwanger ist, durch den Heiligen Geist. Und im Traum, beziehungsweise hier in Vers 20 steht, während Josef dies aber überlegte, dass er sich von Maria heimlich trennt, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Also der Engel sagt ihm, wie dieser Junge heißen soll, Jesus. Er hat wahrscheinlich nicht Jesus gesagt, sondern Jehoshua. Was die Worte beinhaltet, ja, die Kurzform von Yahweh, ist darin enthalten. Der Name Gottes ist darin enthalten. Es ist sozusagen ein Spitzname oder ein spezieller Name Gottes. Jehoshua heißt, Yahweh ist Rettung, ist Heil. Und dann begründet der Engel das mit einer Aussage, die hier nicht, die nur für, wenn du eine Bibel hast, die gute Querverweise hast, findest du das? Das ist eigentlich hier ein indirektes Zitat. Aus Psalm 130, Vers 8. Schlag mal Psalm 130 auf. Und da steht, ich lese mal ab Vers 7. Psalm 130, Vers 7. Harre Israel auf Yahweh. Denn bei Yahweh ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Wer ist es, der Israel von allen seinen Sünden erlöst? Er. Wer ist er? Yahweh. Was sagt aber der Engel? Er zitiert diesen Vers und sagt, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Wer ist hier er? Jesus. Jesus offenbart uns den Namen des Vaters. In Jesus offenbart sich der Gott seinem Volk zuerst, aber nicht nur seinem Volk, sondern Lukas 24, 47. Da heißt es, Vers 46, ich lese mal, und sprach, Jesus sprach zu ihnen, der auferstandene Jesus redet zu den Jüngern und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen anfangen von Jerusalem. Dieser Name soll hinausgetragen werden in die ganze Welt, weil in ihm Rettung und Heil zu finden ist, weil die Menschen in seinem Namen, in ihm, in seiner Person mit ihrem Schöpfer verbunden werden, wieder zurückgeführt werden in die Beziehung mit ihrem Schöpfer. Alle hineingezogen werden in diese Liebesbeziehung mit dem Gott, der alles geschaffen hat und der sich seinem Volk Israel offenbart hat, aber nicht damit andere Menschen ausgeschlossen sind von dem Heil, sondern alle mit eingeschlossen werden. in Jesus, in diesem Namen, in diesem kostbaren Namen, von dem sagt uns dann Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil, die Rettung, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Was sagt Paulus in Philippa 2, Vers 9? Vers 8 sagt er, Jesus, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu ist der Name über allen Namen. Das ist der Name unseres Herrn, der sich für uns hingegeben hat am Kreuz, wisst ihr, und dieser Name ist so kostbar, den sollen wir nicht missbrauchen, für unsere eigenen Zwecke, für unsere eigenen Ziele, für unsere eigenen Pläne. Für irgendetwas Böses soll der Name Jesus nicht in den Dreck gezogen werden. Wie viel Böses haben sogenannte Christen getan im Namen Jesu und haben den Namen Jesu in den Dreck gezogen. Und Jesus spricht davon in Matthäus 7, Vers 22. Und er nennt nur die guten Dinge, wisst ihr? Er könnte ja auch ganz andere Dinge sagen. Aber dann würde der Clou verloren gehen von dieser Aussage in Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Da werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wisst ihr, wir können sogar im Namen Jesu Gutes tun und dennoch am Wesentlichen, am Entscheidenden vorbeigehen. Wofür hat Gott uns seinen Namen geoffenbart? Zur Liebesbeziehung. Einer Liebe, die sich darin zeigt, dass wir Gott ehren, dass wir ihn höher achten als uns selbst, dass wir uns ihm hingeben, ihm dienen, ihm vertrauen in allen Dingen, dass wir aus Liebe zu ihm alle seine Gebote ernst nehmen und halten. Dazu hat Gott uns seinen Namen offenbart. nicht damit wir uns mit diesem Namen schmücken und dann losziehen und unseren eigenen Willen tun. Er ist nur irgendwie so ein Schmuck, er ist irgendwie ein Heiligenschein, den ich mir aufsetze, er ist irgendwie ein Anhängsel. Nein, er ist mein Herr. er ist der Ehemann, dem ich folge, dem wir als seine Braut folgen. Zum Schluss der positive Gebrauch des Namens. Wisst ihr, der Name, den Gott uns gegeben hat oder diesen Namen, den er uns offenbart hat, ja, den er uns verlieren hat. Wisst ihr, wir nennen uns Christen. Wir wurden Christen genannt und es ist ein Ehrenname. Mein König. Ich bin der Kind, das Kind meines Königs. Wisst ihr, wir haben alle einen Namen, aber wir werden alle einen neuen Namen bekommen. Einen, der dem vollkommen entspricht, was unser Wesen und Charakter ist. Und vielleicht ist es ein ähnlicher Name von dem, was wir jetzt schon haben. Vielleicht ist es ein ganz anderer Name. Aber wisst ihr, wir haben alle denselben Nachnamen. Christ. Peter Christ, Stefan Christ, Hans-Dieter Christ, Axel Christ, Anja Christ. Wir haben alle denselben Namen, weil wir alle denselben Papa haben. Wir tragen diesen Namen und mit dem Namen ist auch ein Ruf verbunden. Ich habe mir einen Namen gemacht. Gott hat sich einen Namen gemacht als Retter, als Heiland, als die Liebe in Person. Am Kreuz von Golgatha hat er sich einen Namen gemacht. niemand liebt wie er. Das ist mein Papa und dem will ich Ehre machen. Seinem Namen will ich Ehre machen und deswegen hat Jesus mich gelehrt. Dein Name werde geheiligt. Ich sehne mich danach, dass sein Name mit dem verbunden ist, was er auch wirklich ist. dass die Menschen mit seinem Namen das verbinden, was er wirklich ist. Ich möchte und dazu gehört, ihn bekannt zu machen, den Namen Jesu bekannt zu machen, aber auch wer er ist, sein Wort zu verkündigen, seinen Charakter anderen bekannt zu machen. Wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Jesus? Dass die Menschen ihn kennenlernen, wie er ist und das bezieht sich auch durch mein Leben. Wie der Vater, so der Sohn. Wie der Sohn, so der Vater. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Menschen denken so und sie denken richtig so. Wenn ich wirklich ein Kind meines Vaters bin, dann merkt man das. Dann trage ich seine DNA in mir. Deswegen sagt Paulus, streckt euch danach aus, dass der Geist Gottes, das ist der Same in mir, dass er sich so entfaltet, dass es Frucht bringt und dann sichtbar wird. Sein Wesen und sein Charakter durch mein Leben spricht zu den Menschen. Und ja, wenn ich seinen Namen trage, dann gehört dazu auch, dass ich in dieser Welt leide um seines Namens Willen, dass ich bereit bin, Leiden zu tragen um seines Namens Willen, denn er hat für mich gelitten. So will Gott mir durch die Kraft seines Geistes helfen, dass auch ich um seines Namens Willen Leiden trage und das ist Ausdruck meiner Liebe zu ihm, dass ich bereit bin, für ihn etwas zu opfern, für ihn Leiden zu ertragen, das zeigt meine Liebe zu ihm. Wisst ihr, aber ich kann in mir Liebe nicht selbst produzieren, wenn ich arm bin an Liebe, was kann ich nur machen? Mich ausstrecken und sagen, erfülle mich mit deiner Liebe, erfülle mich mit deiner Agape, mit deinem Geist. Wieder neu, du bist so liebenswert, du bist so herrlich, so wunderbar, ich möchte dich mehr lieben, ich möchte dich so lieben, dass es dich verherrlicht, dass dein Name verherrlicht wird durch mein Leben und dass ich diesen Namen, den ich trage, nicht missbrauche. Amen. Amen. Vielen Dank.